Hallo und herzlich willkommen beim ersten Science Mashup, dem virtuellen Symposium im Rahmen der langen Nacht der Computerspiele 2020. Mein Name ist Michael Faber und ich studiere Medienmanagement an der HTWK Leipzig. Ich freue mich sehr, dass ich Sie und euch hier heute begrüßen darf. Wie eingangs erwähnt studiere ich im Masterstudiengang Medienmanagement. Davor habe ich bereits von 2015 bis 2019 Medientechnik im Bachelor an der HTWK Leipzig studiert. Zusammen mit meinen Kommilitonen haben wir im Modul Veranstaltungsmanagement dieses heutige Event entworfen, geplant und gemeinsam auf die Beine gestellt. Natürlich ist die Idee des Symposiums keine neue. Deswegen ergänzen wir mit dieser Veranstaltung auch das Angebot der diesjährigen 14. langen Nacht der Computerspiele an der HTWK Leipzig. Im Anschluss wird Frau Prof. Dr. Hofacker noch ausführlich auf die LNC eingehen. Zunächst möchte ich jedoch erst das Konzept hinter unserem Science Mashup vorstellen. Am Anfang haben wir uns überlegt, wie wir am besten das Format des wissenschaftlichen Symposiums umsetzen können. Ein wichtiger Aspekt war für uns ein gewisser innovativer Charakter. Demzufolge haben wir uns umgeschaut und uns die Frage gestellt, wie können wir einer wissenschaftlichen Tagung einen dynamischen und modernen Anstrich verleihen. Während unserer Suche sind wir dabei auf den in Japan entstandenen Vortragsstil Pecha Kucha gestoßen. Das Besondere hierbei ist, dass ausschließlich mit Bildern und Sprache gearbeitet wird. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, genau das probiere ich hier aktuell auch aus. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Bei einer Präsentation im Stil von Pecha Kucha dürfen lediglich 20 Bilder mit jeweils 20 Sekunden verwendet werden. Ziel ist es dabei, sich auf ein Thema konkret zu fokussieren und Inhalte möglichst prägnant in kurzer Zeit wiederzugeben. Somit können im Idealfall viele kompakte und spannende Präsentationen entstehen. Dabei spielt das genaue Timing auch eine entscheidende Rolle. Wenn man zu viel erzählt, wird man vom nächsten Bild schnell überholt und verhaspelt sich möglicherweise. Spricht man zu schnell und wird früher fertig, passiert dann sowas. Selbstverständlich wollen wir neben diesem dynamischen Format auch Platz für längere und ausführlichere Beiträge bieten. Somit gibt es beim Science Mashup, wie der Name verrät, viele verschiedene Vorträge mit unterschiedlichen Themen und Präsentationsformen. Jedoch haben wir uns auf ein Limit von maximal 10 Minuten pro Vortrag entschieden, um dennoch fokussiert zu bleiben. Also wurde alles vorbereitet, ein Design wurde erstellt, ein Marketingkonzept entworfen und Räumlichkeiten reserviert. Und auch über die Gestaltung von Licht- und Deko-Elementen haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht. Mit Referenten und Referentinnen hielten wir Kontakt, bis das scheinbar unmöglich war wurde. Denn auch uns überraschten die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Buchmesse wurde gecancelt, zahlreiche weitere Veranstaltungen wurden nacheinander abgesagt und auch der Semesterstart rückte erstmal in die ferne Zukunft. Und mittendrin immer die Frage, was passiert nun mit der langen Nacht der Computerspiele 2020? Relativ schnell fanden wir uns zusammen, um über mögliche Szenarien zu sprechen. Koppeln wir das Event von der langen Nacht ab und verschieben es in die unbestimmte Zukunft? Machen wir es wie viele andere Veranstalter und sagen es vielleicht komplett ab? Beide Varianten waren keine richtigen Optionen für uns. Denn unsere Antwort lautet, Science Meshup goes virtual. Und somit haben wir uns ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir uns auf diese besondere Situation einlassen wollen und wir nun ein virtuelles Symposium planen. Zunächst wurden verschiedene Streaming-Plattformen evaluiert und der Ablauf neu angepasst. Schritt für Schritt haben wir mögliche Szenarien digital übertragen und in Zusammenarbeit mit der LNC das virtuelle Event weiter organisiert. Und aus diesem Grund sitzen wir nun alle mehr oder weniger einzeln vor dem Bildschirm und vernetzen uns digital vor dem Livestream. Dieser wird in seiner gesamten Länge hier zu sehen sein und circa anderthalb Stunden dauern. Das Team und ich werden dabei den Live-Chat auf der rechten Seite moderieren und für Fragen und Anmerkungen bereitstehen. Natürlich ist uns bewusst, dass nicht alle Fragen zu den speziellen Themen in diesem Live-Chat beantwortet werden können. Deshalb haben wir uns folgendes überlegt. Immer wenn ein Beitrag im Livestream vorbei ist, wird dieser direkt im Anschluss als separates Video auf unserem Kanal erscheinen. Wir bitten darum, besonders ausführliche Fragen erst in den Kommentarbereich des separaten Videos zu stellen. Sobald ein neues Video online ist, es Probleme geben sollte oder wir andere Hinweise für euch haben, werden wir dies im Live-Chat natürlich ankündigen. Falls etwas nicht gleich auf Anhieb funktioniert, bitten wir um Verständnis. Nicht nur für YouTube, auch für uns ist dieses virtuelle Symposium eine Premiere. Wer heute nicht dabei sein kann oder etwas verpassen sollte, hat selbstverständlich auch die Möglichkeit, Beiträge später nachzuschauen. Des Weiteren wird es im Rahmen des Science-Meshups auch eine Publikation in Form eines Buches geben. Mehr dazu aber gleich von Frau Prof. Dr. Hofacker. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des gesamten Teams ganz herzlich bei allen Referenten und Referentinnen des heutigen Tages bedanken. Wir freuen uns sehr, dass sie trotz der besonderen Umstände beim Science-Meshup 2020 vertreten sind. Einige Referenten und Referentinnen werden auch live im Chat Fragen zu ihren Beiträgen beantworten. Zwischen den einzelnen Beiträgen wird es kleinere Pausen geben. Aber keine Sorge, der Livestream läuft selbstverständlich weiter. Auch unsere Moderatorinnen werden regelmäßig Informationen und weiterführende Links im Live-Chat posten. Außerdem haben wir zur Bewertung unserer Veranstaltung eine Umfrage vorbereitet. Wir würden uns sehr über ihr Feedback zum Science-Meshup freuen. Gerne möchte ich auch auf die weiteren digitalen Angebote rund um die Lange Nacht der Computerspiele 2020 sowie der HTWK Leipzig hinweisen. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie und Euch auch im nächsten Jahr zur LNC sowie zum Science-Meshup vor Ort in der Hochschule begrüßen dürfen. Im Namen des gesamten Organisationsteams bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viele rege Diskussionen sowie spannende Einblicke beim heutigen Science-Meshup hier auf YouTube. Dankeschön und ganz viel Spaß dabei.